So viele Leute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie von solchen Terroranschlägen hören und fragen sich, wie kann das eigentlich sein, wie kann das passieren, wie kann ein Mensch so verblendet sein, um so etwas zu machen. Dann hat er halt ein 129 Verfahren bekommen, einfach nur weil er den Begriff benutzt hat. Warum wird hier Rechtsterrorismus mit Linksterrorismus gleichgesetzt? Ist das überhaupt Terrorismus, was da als Terrorismus beschrieben wird oder ist das kein Terrorismus? Da stellen sich an diese Listen halt tausend Fragen. Das, was wir dann jetzt als Terrorismus bezeichnen, ist eigentlich nur diese hässliche Fratze des alltäglichen Geschäftes der Staatenkonkurrenz, der diese Staaten dann zurück angerinst. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Terror in Nigeria Putin spricht von internationalem Terrorismus. Belgien kämpft gegen den Drogenterror. Terrorismus. Terroristen. Terror. Wenige Worte finden so häufig wie diese ihren Weg in unsere Ohren und Gedanken, wenn wir den Schlagzeilen der großen Medienhäusern und ihrer Berichterstattung lauschen. Spätestens seit dem 11. September ist diese große und ominöse Macht des Bösen nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken. Aber was ist das eigentlich? Terrorismus. Diese Frage scheint fast wie eine Beleidigung für den gesunden Menschenverstand. Das wissen wir doch alle. Wir alle kennen diese wahnsinnigen Fundamentalisten, denn ihre wahnwitzigen Ideen so wichtig sind, dass sie dafür Menschen in die Luft springen. Und ganz natürlich haben islamistische Terroristen, Faschisten und andere Menschenfeinde berechtigterweise ihren Platz als Aushängeschild des Terrorismus erhalten. Aber ist das wirklich alles? Was steckt wirklich hinter diesem Konzept? Welche Rolle spielt die internationale Politik und was hat die anarchistische Geschichte damit zu tun? Darüber und noch über anderes Spannendes sprechen wir heute in Folge 83 über Terrorismus. Ich stelle euch einmal die Struktur für die heutige Folge vor und zwar werden wir wie immer zuerst über die Geschichte des Terrors einmal sprechen, in kurzer Form. Den Begriff des Terrorismus behandeln wir als nächstes, dann sprechen wir über Listen und ihren Zweck und zum Abschluss Terror als Taktik. Das sind heute viele Thes. Ja, das lädt ihr auch dazu ein. Das sind richtige Titelthesen-Temperamente-Folge heute. Wir alle lieben Alliteration. Und wir beginnen in der Geschichte des Terrors zu einem frühen Zeitpunkt, aber dieses Mal nicht im Mittelalter. Sondern ja eigentlich bei dem anderen großen Startpunkt moderner europäischer Geschichte. Und zwar ist die erste Benutzung des Begriffs auf das Jahr 1793 bis 1794 während der französischen Revolution zurückzuführen, die als Terrorherrschaft bezeichnet wurde im Kontext der großen Hinrichtungswellen, die sie ausgeführt hat. Ja, und wie einige von euch ja auch vielleicht wissen, war das ja auch die Zeit, wo es dann eben primär um so eine Art Staatsterror ging. Die große Hinrichtungswelle damals wurde ja von der neuen Ordnung ausgerufen und ausgeführt und da waren es dann eben primär Mitglieder oder vermeintliche Mitglieder der herrschenden Klasse und Feinde dieser neuen Ordnung. Aber trotz dieses Startpunktes ist das Konzept Terror für politische Zwecke anzuwenden, so alt wie die Geschichte herrschaftlicher Systeme bzw. der Konkurrenz menschlicher Verbände allgemein. Nein, das ist wirklich etwas Terror, wie wir auch gleich noch auf die Begriffsdefinition dann kommen werden, ein Konzept, was es durch die gesamte Geschichte eigentlich gibt. Wenn wir dann eben über Terrorismus als so nicht staatliches Konzept sprechen, dann wird das gerne auf die jüdischen Zeloten, also Widerstandskämpfer gegen die römische Herrschaft zurückgeführt oder die schiitischen Assassinen, die dann im Nahen Osten gegen andere islamische Herrscher und gegen die Kreuzfahrer gekämpft haben. Das werden vielleicht manche von euch noch aus dem Spiel dann Assassin's Creed erkennen. Also da habt ihr tatsächlich als Terroristen nach heutiger Lehrmeinung gespielt. Aber wirklich dieses moderne Konzept von nicht staatlichem Terrorismus wird eigentlich immer bei der großen Welle von anarchistischen internationalen Anschlägen angesetzt. Wenn wir darüber sprechen, müssen wir natürlich über die Propaganda der Tat sprechen. Ja, die Propaganda der Tat hat sich ja aus der anarchistischen Bewegung heraus entwickelt als Strategie, einzelne Repräsentanten des herrschenden Systems, oftmals natürlich auch von Königshäusern, umzubringen, Anschläge auf sie zu verüben, aber auch darüber hinausgehend auch Anschläge in der Öffentlichkeit später zu verüben. Also zum Beispiel auf sehr schicke Gegenden, wo dann nur reichenden Kaffeehäusern saßen und solche Geschichten. Da gab es dann später auch Bombenanschläge und so. Der Gedanke hinter der Propaganda der Tat war ja eigentlich, wie der Name so ein bisschen schon sagt, diese beispielhaften Taten sollten die Massen anregen, aktiv zu werden und als eine Art Leuchtfeuer fungieren, um sie zu mobilisieren, gegen das System aktiv zu werden. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, das muss man vielleicht direkt dazu sagen. Und war auch ein vergleichsweise kurzer Zeitraum, wo die Propaganda der Tat als eine sehr zentrale Strategie in der anarchistischen Bewegung favorisiert wurde und auch große Persönlichkeiten der anarchistischen Idee die diese propagiert haben, wie zum Beispiel Bakunin. Aber sie wurde halt relativ schnell verworfen, weil man eben auch gesehen hat, dass es nicht sehr viel bringt und es nur eine sehr große Welle an Repressionen nach sich zieht. Und darunter hat die anarchistische Bewegung auch sehr, sehr, sehr stark gelitten. Diese ganze Phase ist, wie du das gerade schon angedeutet hast, sehr entscheidend für das heutige Verständnis von Terrorismus, was wir eigentlich haben. Und es gab auch auf einer internationalen Ebene durch diese Propaganda der Tat eine Gesetzgebung und Bündnisse gegen den internationalen Terrorismus, dann von anarchistischer Seite auch sozusagen von den verschiedenen Staaten, Geheimdiensten und so weiter. Vielleicht direkt dazu zu sagen ist auch, das ist ja jetzt auch eine Sache, die sich generell jetzt im Terrorismusdiskurs, denke ich, auch ein bisschen durchzieht, dass nicht alle Taten nachweislich von Anarchisten, Anarchistinnen durchgeführt wurden, sondern schon in dieser Phase auch Geheimdienste und Staaten selbst Anschläge verübt haben, um diese den Anarchisten in die Schuhe zu schieben. Ein präsentes Beispiel wäre die Schwarze Hand in Spanien. Das war so eine Organisation, die von staatlicher Seite her erfunden wurde, um die anarchistische Bewegung zu diskreditieren. Und da wurden eben Anschläge verübt, die den Anarchisten in die Schuhe geschoben und dann Repressionen ausgeübt. Also man muss natürlich auch vorsichtig sein bei diesen ganzen Fällen von Anschlägen und von Geschichten. Da hat dann natürlich auch der Staat häufiger mal seine Finger mit im Spiel. Aber das muss man auch betonen, das war ein reales Phänomen in der anarchistischen Bewegung, was eine Zeit lang wirklich so angewandt wurde und von vielen favorisiert wurde. Nichtsdestotrotz auch noch als eine Ergänzung zu dem Ganzen. Es geht hier nicht nur darum, dass von staatlicher Seite natürlich auch hier und da dann solche False Flag Operation mal ausgeführt wurden, sondern man muss auch dazu sagen, dass anarchistisch oder Anarchisten damals auch als ein sehr vages Label für allgemein linke Politik verwendet wurde. Also die Propaganda der Tat wurde zwar anarchistisch sehr stark theoretisch ausformuliert, also in Anführungszeichen sehr stark ausformuliert, aber nichtsdestotrotz war es damals in verschiedenen linken Bewegungen, auch in der kommunistischen Bewegung, der Fall, dass es natürlich vereinzelte Terroranschläge gab und die auch im Zuge beispielsweise von Gewerkschaftskämpfen mal passiert sind, von politischen, antimonarchistischen oder antistaatlichen Bewegungen vor Ort. Deswegen war es bei Weiben nicht so, dass alles, was eben als anarchistisch gelabelt wurde, tatsächlich politisch anarchistisch war, sondern da waren auch kommunistische, andere sozialistische Bewegungen mit drunter. Wie wir gerade schon gesagt haben, was natürlich wichtig dafür war, warum das auch so relevant auf einer internationalen Bühne war, war, weil es ein internationales Konzept war, was unter einer gemeinsamen Flagge, zumindest ideell, funktioniert hat. Das heißt, dass es in allen Staaten eben diesen anarchistischen oder sonstigen sozialistischen Terror gab. Wenn wir jetzt über rechten Terrorismus zu dieser Zeit sprechen, muss man eben da sagen, dass der eben primär lokal abgelaufen ist und nicht unter gemeinsamer Flagge, so wie wir es vielleicht heute kennen. Da werde ich vielleicht gleich noch einmal kurz ein, zwei Worte zu verlieren. Nationalismus damals und auch rassistische Konzepte waren logischerweise sehr viel stärker an ihre jeweiligen Nationen und Ethnien gebunden. Ein allgemeiner internationaler weißer Rassismus hat damals vielleicht bei manchen Leuten auf dem Papier eine Rolle gespielt, aber ganz häufig war es dann doch so, dass diese rechten rassistischen Bewegungen sich viel häufiger dann in einem lokalen Nationalismus verloren haben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Ku Klux Klan in den USA. Eine tatsächlich riesige Bewegung, um wieder die erstrittenen Bürgerrechte und die Bürgerrechtsbewegungen der Schwarzen in den USA zurückzuschlagen, gleichzeitig aber extrem antikatholisch, antisemitisch und in vielen Städten, wenn es einfach keine relevante schwarze Bevölkerung gab, in einem Kampf gegen irgendwelche anderen Minderheiten, manchmal osteuropäische Immigranten etc. Und deswegen gab es damals noch nicht dieses Konzept von einem internationalen rechten Terrorismus. Generell muss man aber auch noch dazu sagen, durch die Bank war Terror als politische Taktik im 19. Jahrhundert von allen Seiten einfach keine Seltenheit. Verschiedene religiöse Konflikte, beispielsweise in den USA war es so, dass kleine Abstimmungen über Gesetze zu großen Gewalttaten unter den lokalen Unterstützern von einfach einer lokalen politischen Persönlichkeit führen konnten. Ja, Terrorismus von nichtstaatlicher Seite wurde dann im Kontext des Zweiten Weltkriegs eben nicht mehr so relevant, weil dort einfach die sozialen Spannungen innerhalb der Gesellschaften weitestgehend befriedet waren und eben dieser Konflikt auf einer nationalstaatlichen Ebene ausgetragen wurde und dementsprechend auch einfach viel weniger Konflikt innerhalb der Länder selbst da war, diese eben sehr stark auf die nationale Einheit eingeschworen waren. Und natürlich bist du in so einer Situation von einem großen Weltkrieg auch einfach mit einer Abstumpfung konfrontiert, was so brutalste Gewalt und allumfassende Gewalt angeht. Und da ist nun mal irgendwo eine Bombe hochgehen zu lassen oder irgendwen zu erdeulchen jetzt nicht mehr die große Nachricht in dem Sinne. Man kann vielleicht zum Beispiel, wenn man nach Deutschland guckt, sagen, dass natürlich auch die Anschläge auf Hitler auch einzuordnen sind in eine Form von Terrorismus letztendlich, auch gegen einzelne Personen. Also das hat ja nach wie vor Bestand gehabt, aber es rückt einfach in den Hintergrund. Also das war jetzt nicht mehr so eine Wahrnehmbar in dem Diskurs, wie das vielleicht davor gewesen ist. Wobei natürlich auch gerade in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, mit den Anschlägen auf Hitler oder von anderen Partisanengruppen oder so gegen einzelne Vertreter von NS-Herrschaft, das natürlich auch aktiv benutzt wurde, um dann Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung und gegen die Menschen auch zu legitimieren und das als Grund zu benutzen. Ja, mit dem Kalten Krieg, der Konfrontation zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialismus gab es natürlich ein neues Aufkommen von international agierenden Terrorgruppen. Hier springen natürlich vor allen Dingen so Organisationen wie die Rote Armee Fraktion und diverse Pendants in allen möglichen Ländern eine Rolle, aber gerade auch in dem Kontext von einem antikolonialen Befreiungskampf gab es natürlich eine Menge Terrorbewegungen, die dann auch auf einem internationalen Level miteinander kooperiert haben und in einem ideellen Zusammenhang standen. Sogar gemeinsame Aktionen ja ausgeführt haben, wie man das zum Beispiel bei der Roten Armee Fraktion oder der Bewegung 2. Juni mit verschiedenen palästinensischen Organisationen sehen kann. Aber parallel gab es natürlich das nicht nur, sag ich mal, von linker Seite, sondern es gab auch eine starke Zunahme wieder von faschistischem und religiös motivierten Terrorismus. Das bekannteste Beispiel von der faschistischen Seite aus dürfte sicherlich Gladio sein, was ja auch in einem sehr, sehr starken Verhältnis zu den Geheimdiensten dieser Welt stand, wo also faschistische Terrorzellen aktiv unterstützt wurden von Geheimdiensten, die sehr brutale und große Anschläge gegen die Zivilbevölkerung und andere Natur ausgeführt haben, um so eine Zuspitzung der gesellschaftlichen Zustände hin auf eine Destabilisierung letztendlich auch irgendwo des Systems oder auch gegen politische Gegner durchzuführen. Das war also einfach allgemein eine Zeit, wo Terrorismus als Konzept sich wieder so etabliert hat. Von verschiedenster Seite, mit verschiedensten Ideen, mit verschiedensten Grundlagen, mit verschiedensten Ideologien natürlich. Mit dem Ende des Kalten Krieges treten wir also in eine Phase ja wieder ein, das spielt ja so oft in unserer Geschichtsschreibung eine ganz wichtige Rolle, wo eben dieser Konflikt zwischen dem Kapitalismus und dem Sozialismus eigentlich beendet ist. Natürlich dadurch auch vielleicht viele faschistische Anschläge, die auch motiviert waren durch die Stärke des Sozialismus und durch das Wegbrechen eigentlich von so einer Perspektive auf eine faschistische Diktatur in vielen Ländern kommt jetzt also eine ganz neue Phase auf mit spätestens dann dem 11. September und zwar die des internationalen Dschihadismus. Ich denke auch in der gesamten öffentlichen Wahrnehmung ist spätestens mit dem 11. September Terrorismus zum großen Teil mit islamistischem Terrorismus gleichgesetzt. Natürlich stimmt das nicht. Es gab auch in diesem Kontext natürlich speziell von faschistischer Seite hat das eigentlich nie aufgehört. Da gibt es halt eine Kontinuität an faschistischem Terrorismus. Ja und ich denke, dass es da so eine Kontinuität in einem faschistischen Terrorismus gibt, ist ja eigentlich auch klar, weil das nun mal ein Instrument ist, was ganz natürlich zu einer faschistischen Ideologie dazugehört, eben Terror zu verbreiten gegen Menschen, die nicht in das eigene Weltbild passen und im Kontext von so einem linken Terrorismus gab es ja eine sehr starke Reflexion und nach dem Ende der sozialistischen Länder und mit dem Ende der Linken als Massenbewegung, als elementarer Teil von gesellschaftlicher Veränderung auf der Straße, hat natürlich auch, da die sozialistische Bewegung sich hinterfragt, hat halt bisherige Guerillakonzepte und so weiter auf Bord geworfen, weil die natürlich auch immer eingebettet waren in die Kämpfe von Massenbewegungen. Also so gut wie keine dieser Organisation, auch wenn das immer so aufgebaut wird, ja die sind da irgendwie isoliert vorgegangen und so weiter und so fort, wäre überhaupt entstanden ohne eine faktische Massenbewegung zu grundsätzlichen Veränderungen der Gesellschaft. War natürlich auch mit dem Einbrechen dieser Bewegung, dieser großen sozialistischen Massenbewegung, war natürlich auch der Zusammenbruch von einem linken Terrorismus letztendlich gezeitigt und für die politische Rechte ist das eben vollkommen egal. Die führen halt in jeder Phase den Terror gegen Andersdenkende fort und für den islamistischen Terrorismus gilt es natürlich genauso. Ja und bezüglich des rechten Terrorismus ist es ja sogar so, dass wir in Teilen eine Verstärkung davon eigentlich sehen können und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich noch ein, zwei Worte eben zum rechten Terrorismus verlieren wollte. Ich denke ein ziemlich unterschätzter Punkt bei dem Ganzen immer, wenn wir uns angucken, warum gab es damals eigentlich nicht so viel rechten Terrorismus, warum nimmt das jetzt wieder zu, warum ist das so relevant, ist natürlich, dass es damals auch einfach neben den gerade angesprochenen nationalistischen Konkurrenzverhältnissen der einzelnen europäisch oder europäisch abstammenden Nationen untereinander, es auch einfach so war, dass es damals die Zeit des Kolonialismus war. Wenn du rassistischen, nationalistischen Terror gegen irgendwelche Minderheiten ausführen wolltest, dann stand die ganze Welt im Endeffekt dir offen, weil sie so organisiert war. Deswegen gab es ganz häufig auch gar nicht so einen großen Bedarf an diesen rassistischen, rechten oder faschistischen Terrorgruppen. Jetzt ist es natürlich so, dass eigentlich im Zuge der Dekolonialisierung es natürlich auch eine Zunahme an rechten Terrorgruppen gab und gerade wie du schon angesprochen hast mit dem Kalten Krieg, die ja in vielen Staaten auch maßgeblich mit unterstützt wurden und es natürlich auch so ist, dass wir international auch wieder einen Erstarken von linken, antikolonialen, antirassistischen Bewegung sehen. Es ist auch so, dass der islamistische Terrorismus häufig einfach durch seinen Anstieg von Gewalt auch, kann man schon sagen, in seinem Konkurrenzobjekt eigentlich dem rechten Terrorismus da auch einen Anstieg erzeugt, aber auch gerade eben diese gerade genannten Bewegungen natürlich sehr relevant sind und wir deswegen auch in vielen Staaten sicherlich wieder eine Neuorganisierung, eine Neuerstarkung von so einem rechten Terrorismus sehen. Wenn wir, wie gerade angesprochen, diesen islamistischen Terrorismus und den rechten Terrorismus da eben dann zusammendenken, dann kommen da sehr, sehr unschöne Zeiten auf uns zu. Ja, ich würde jetzt sagen, weil wir jetzt hier schon die ganze Zeit mit diesen Begriffen hantieren und dass er auch wirklich dann oft zu Missverständnissen kommen kann, das Ganze oft sehr unscharf ist, wir einfach jetzt nochmal genauer auf den Begriff des Terrorismus eingehen wollen und auch eine eigene Form von Definitionen liefern. Ja, wie ihr sicherlich die ganze Zeit schon gehört habt, ist es ein sehr unklar definiertes Konzept, denn auch ihr habt von unserer Seite ja jetzt sehr unterschiedliche Sachen unter dem Begriff Terror oder Terrorismus zusammengefasst bekommen. Sehr unterschiedliche politische Akte, die da mit Gewalt eben begangen wurden. Erstmal muss man sagen, Terror, Terrorismus, was ist da eigentlich die Unterscheidung? Und da muss man gleich sagen, selbst von akademischer Seite gibt es da eigentlich keine klare Unterscheidung. Was häufig von der Definitionsseite genannt wird, ist, dass man unterscheidet Terror, das bezeichnet einen staatlichen Akt, also staatlicher Terror, und Terrorismus ist eben dann ein nichtstaatliches Konzept. Also eine terroristische Organisation ist nichtstaatlich. Terror wird von einem Staat ausgeführt. Ihr merkt schon, wir sind auch nicht sonderlich zufrieden damit, aber wir werden jetzt weiterhin eben diese Begriffe benutzen, weil sie einfach irrelevant sind, um eben dieses Phänomen jetzt hier zu beschreiben. Um euch mal eine Definition von staatlicher Seite dazu zu nennen, kann man hier das FBI heranziehen, sicherlich sehr renommiert in Fragen von Terrorismus, Forschung und Bekämpfung. Und das FBI definiert das dann eben als gewalttätige kriminelle Akte mit einem politischen Ziel. Das unterscheidet dann nochmal eben zwischen ausländisch oder national gesteuert. Das ist auch eine Definition, die könnt ihr da nachlesen, aber das ist im Endeffekt der Gehalt davon. Aber auch in Deutschland wird das in eine ähnliche Richtung definiert. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat auch einen ganzen Artikel dann dazu geschrieben, wie jetzt Terrorismus definiert wird, was Terrorismus ist, dass eben dieser Gewaltfaktor da eben die zentrale Rolle spielt. Das kann man da auch nachlesen. Da heißt es dann beispielsweise, obwohl Rechts- und Linksterrorismus sowie fundamentalistischer Terrorismus unterschiedliche Ziele anstreben, nimmt der Terrorakt eine derart dominierende Rolle ein, dass die politischen Vorgaben irrelevant sind. Und das ist natürlich tatsächlich nochmal krasser definiert, als es jetzt beim FBI der Fall ist, wo man dann, wenn man das nachliest, auch eine ganze Auflistung an unterschiedlichen politischen Zielen hat, die dahinterstehen können. Aber in bester deutscher Manier, das kennt man ja gerne, auch aus unserer Betrachtung dann von öffentlich-rechtlichen Medien etc., geht es hier dann am Ende des Tages nur noch darum, ist Gewalt passiert oder nicht? Und damit dann ist es Terrorismus oder nicht? Ja, und diese extrem schwammige Definition, warum ist das so? Und wie gefährlich ist das eigentlich? Weil ich finde das so krass, wenn du das gerade auch so aufmachst. Das ist ja der zentrale Diskurs. Wenn wir uns generell jetzt angucken, wenn in der Öffentlichkeit Demonstrationen irgendwelche Aktionen von politischen Gruppen oder so passieren, ist immer die zentrale Frage, ist da Gewalt passiert oder nicht? Jetzt sind wir gerade in Deutschland nicht in der Situation, dass jedwede Gewalt, die auf der Straße passiert, direkt als Terrorismus gemünzt wird. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel in eher diktatorisch geführten Staaten angucken, jetzt zum Beispiel in Weißrussland oder so, da ist Terrorismus die zentrale Begrifflichkeit, wenn Leute einfach nur auf die Straße gehen schon. Also wenn einfach Leute nur demonstrieren für ihre Meinung, dann wird gesagt, ja hier die Terroristen, und dann wird das halt als zentrale Begrifflichkeit benutzt, um sich selber zu legitimieren, dann entsprechend dagegen vorgehen zu können. Und ich denke, in unseren Kreisen jetzt hier ist, wie gesagt, dieser Begriff noch nicht so in dieser Form eingesetzt. Aber selbst hier wird ja vergleichsweise niedrigschwellig eingesetzt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel gerade die Fälle um die Repressionen gegen Lina und ihr Umfeld angucken, die ja dann konkrete Anschläge gegen einzelne Faschisten ausgeführt hat. Das wird dann eben schon in den Medien speziell, die immer noch das Ganze so ein bisschen anheizen, schon als, ja hier neuer linker Terrorismus. Und dann wird das immer schon so aufgebaut, ist das jetzt die neue Rote Armee Fraktion und so weiter und so fort. Dass hier natürlich gar kein Verhältnis mehr hergestellt ist zwischen dem, was eigentlich jetzt damals die Rote Armee Fraktion bedeutet hat und das, was die Genossinnen da jetzt machen, ist natürlich klar. Aber da sieht man halt eben, dieser Begriff wird immer nach, je nach politischem System und je nach passender Lage, propagandistisch natürlich auch eingesetzt. Um ja letztendlich Opposition an der Stelle, jetzt unabhängig davon, was es, wie die jetzt politisch verfasst ist, zu diskreditieren und dagegen vorzugehen. Ja, und da möchte ich ja wirklich nochmal daran erinnern, an die Diskussion, die manche vielleicht von euch in den letzten Wochen verfolgt haben, wo es dann eben um den Begriff des Klimaterrorismus ging oder von einer neuen grünen Armee Fraktion gesprochen wurde. Also da würde ich vielleicht das etwas düsterer als du sehen, dass wir da eigentlich auch schon fast angekommen sind. Und es ist ja auch so, hier in Deutschland, da haben wir ja einen ganzen Volkssport daraus gemacht, ganz häufig über die Türkei und über Erdogan zu lachen, natürlich auch irgendwo berechtigt. Aber wenn wir uns das da angucken, da gibt es ja auch dieses Konzept eben vom unbewaffneten Terrorismus, wo dann Terrorismus einfach nur bedeutet, das ist staatsgefährdend. Das kennen wir ja jetzt auch eben aus den Nachrichten von den ganzen Leuten, vielleicht teilweise auch sogar Genossinnen von euch oder von uns, die deswegen jetzt da in den Knast gekommen sind unter der Anschuldigung Terrorismus. Da regt man sich hier natürlich berechtigterweise auf. Und ich glaube auch den Leuten, die das von bürgerlicher Seite sagen, dass sie wirklich empört darüber sind. Aber wenn wir uns doch das hier in Deutschland angucken, dann ist diese Definition unbewaffneter Terrorismus doch häufig nichts anderes als unsere Definition von verfassungsfeindlich. Und wenn wir darüber sprechen, dann ist es doch auch so, wenn wir darüber sprechen, dass jemand sich verfassungsfeindlich äußert. Und wenn wir da auch mal reingucken, was alles so unter Verfassungsfeinden von linker Seite geführt wird, dann ist das doch im öffentlichen Bild gar nichts anderes als ein Terrorist. Wenn doch irgendjemand hier in Deutschland hört, die sind verfassungsfeindlich, die stehen im Verfassungsschutzbericht, gehen doch die Alarmglocken an, weil irgendwo ist es ja auch verständlich, die sind dann eben in einem Heft gelistet mit tatsächlich neonazistischen Terrororganisationen, die schon Nagelbombenanschläge oder Ähnliches verübt haben und international vernetzten terroristischen Gruppen, die mit Al-Qaida oder dem Islamischen Staat in einem Bündnis stehen. Genau deswegen, finde ich, ist es auch so wichtig, hier in der Folge mal ein bisschen diesen Begriff auseinanderzunehmen und sich anzuschauen, wo können wir eigentlich wirklich auch eine eigene Terrorismusdefinition machen, mit der wir arbeiten können, die wirklich sinnvoll dieses Konzept fasst und eben weg von diesem komplett schwammigen und opportunistischen von staatlicher Seite geht. Weil das, was ihr ja jetzt da feststellt, ist, dass diese Terrorismusdefinition und diese Kategorisierung davon ein politisches Instrument der unterschiedlichen Staaten ist. Ich möchte, bevor wir jetzt zu unserer eigenen Definition kommen, möchte ich nochmal auf eine Sache hinweisen, die mir gerade noch so in den Kopf gestiegen ist, und zwar auf den Paragraf 129a, der ja tatsächlich der Terrorismusparagraf ist. Und was ich alleine schon mitbekommen habe, habe an Einsätzen von diesen Paragrafen im Kontext von der politischen Linken, das ist halt wirklich hanebüchend, weil dieser Paragraf existiert und dann wird er natürlich auch benutzt. Wenn du diesen Paragraf benutzt, selbst wenn real das mit Terrorismus in dem, was jetzt auch die Masse der Menschen darunter verstehen, also die Masse der Menschen versteht ja unter Terrorismus jetzt nicht, dass irgendwo mal Leute irgendwelche Scheiben eingeschmissen haben bei irgendeiner Bank oder so, sondern die Leute verstehen ja wirklich darunter eben genau das, irgendwelche Menschen zu ermorden und was weiß ich. Aber dieser Paragraf existiert und er wird auch eben angewandt, um natürlich dann den Maßnahmenkatalog, der damit verbunden ist, wenn du das einmal über Leute ausgesprochen hast, aufrechterhalten zu können. Und ich erinnere mich da an so Sachen wie, dass es, ich habe gerade den Namen von dem Genossen vergessen, Holm heißt der, glaube ich, der hat so einen, ja so Uni-Professor-Dude, der halt in Berlin wohnt und ziemlich viel zu Gentrifizierung geschrieben hat. Und der hat, das ist einige Jahre schon her, das war ein ziemlich großer Fall in den Medien auch dann, der hat relativ häufig in seinen Studien und seinen Schriften eben das Wort Gentrifizierung benutzt und zu der Zeit gab es eben eine, ja, militante linke Gruppe, die in ihren Erklärungsschreiben von militanten Anschlägen das Wort Gentrifizierung auch häufig benutzt hat. Und dann hat er halt ein 129-Verfahren bekommen, einfach nur, weil er den Begriff benutzt hat. Und dann wurde er halt über lange Zeit halt überwacht mit diesem ganzen Gefahrenkatalog. Und das zeigt ja als Beispiel, dieser Typ ist halt irgendwie so ein Uni-Professor, hat nichts mit dieser Gruppe und sonst was zu tun. Und einfach nur, weil er einen bestimmten Begriff benutzt, wird er im Prinzip als Terrorist verunglimpft, übel lange überwacht so. Und das zeigt ja auch, dass selbst, sage ich mal, auch wenn das eben kein Verhältnis hier steht, wie das jetzt zum Beispiel in Weißrussland, wo dieser Begriff einfach inflationär für jeden, der auf die Straße geht, benutzt wird, ist es selbst hier schon völlig absurd, was also gemacht wird. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit, dass von uns eine vernünftige Definition kommt, mit der man dann auch arbeiten kann. Ja, und ich denke, das Sinnvollste für eine eigene Definition ist nämlich eigentlich das aufzugreifen, worin es im Kern darum geht. Wir haben ja gerade auch schon eben dieses Zitat angesprochen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und es wird ja deutlich, und ich finde, das macht auch am meisten Sinn für diesen Begriff, dass es dort eben um diesen bestimmten Gewaltakt geht. Dass es eine bestimmte Form von gewalttätiger Taktik ist, die von Organisationen angewandt wird. Ich würde sagen, es macht Sinn, eben Terrorismus als eine organisierte Gewalt gegen Unbewaffnete und nicht am direkten Konflikt Beteiligte zu beschreiben. Ja, was heißt an dem Punkt natürlich, nicht direkt beteiligt. Das finde ich ganz spannend. Ich erinnere mich da an diese ganze Debatte zurück. Es gab mal eine Phase, wo so nihilistisch-anarchistische Gruppen so ein bisschen aufgeploppt sind, die so Briefbombenanschläge verübt haben. Das war, das ist jetzt sicherlich schon zehn Jahre her oder so. Da gab es eben eine Phase, wo das ein paar Mal in verschiedenen Ländern auch umgesetzt wurde und es so eine Art von informeller anarchistischer Internationale gab. Und da gab es auch so eine ganz heiße Diskussion darum, ob das jetzt eine reale Organisation ist oder nicht, weil die auch ähnlich benannt war wie dann die italienische anarchistische Föderation und so weiter. Und ob das wieder nur so ein Staatsding ist, um den Anarchismus zu diskreditieren oder so. Aber die haben auf jeden Fall Briefbomben versandt. Und zum Beispiel die Aktionsform Briefbomben würde ich grundsätzlich als terroristisch bezeichnen. Warum? Weil diese Briefbomben sind natürlich dann adressiert an, zum Beispiel waren die an Manuel Dracchi oder so, halt irgendwie den Chef von EZB damals, war der, glaube ich, adressiert. Aber offensichtlich ist ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt ihn trifft, sehr gering. Und tatsächlich trifft es dann halt zum Beispiel irgendwelche Postangestellten oder so. Oder trifft es die Sekretärin, die den Brief öffnet. Also ganz normale, einfache ArbeiterInnen aus unserer Klasse. Und da haben wir uns damals natürlich auch sehr klar öffentlich dagegen positioniert, weil wir grundsätzlich gesagt haben, dieses Mittel ist grundsätzlich falsch und nicht anarchistisch. Und es ist Terrorismus, weil es Unbeteiligte trifft, die eben nichts mit diesem Konflikt, den man jetzt da ausführt, also diesem Klassenkonflikt letztendlich, von uns jetzt gegen zum Beispiel an der Stelle dann die Banker oder so. Das würde es halt gut beschreiben, denke ich. Ja, und genau da ist nämlich meiner Meinung nach dieses Stichwort organisiert. Es ist eben gezielt dagegen gerichtet oder nimmt das ganz wissentlich mit in Kauf. Ich finde, natürlich könnte man jetzt ganz vage alles, wo irgendwo mal durch einen Militantenangriff irgendwelche Unbeteiligten zu schade gekommen sind, dann sagen, ja, aber was ist denn damit? Ist das dann auch terroristisch? Aber das finde ich fast das eben nicht im Kern, weil dann wäre ja auch jedes falsch gelaufene Bauprojekt ein terroristischer Akt, wenn es dann dabei irgendwie zu Toten kommt. Oder jedes Mal, wenn ich versehentlich, möchte ich nicht beschweren, aber mal mit einem Auto und Fahrradfahrer anfahre. Und dann wird das ja jetzt auch nicht als terroristischer Akt gelabelt. Natürlich ist es aber so, dass wir immer wieder diese Definition neu aushandeln müssen und auch Diskussionen darüber führen. Und das ist natürlich immer auch ein einfaches, in dieser Situation, in der wir jetzt hier sind, wo es keine bewaffneten Konflikte beispielsweise gibt, von linken und rechten Gruppen oder von staatlicher Seite es keinen großen revolutionären Umsturz geht, zu sagen, ja, das, das und das, das ist ganz klar Terrorismus und da können wir das auch klar abgrenzen. Das wird immer an die jeweilige Situation angepasst sein müssen und das merkt man natürlich auch in anderen Gewaltdiskussionen, die wir schon geführt haben, wenn ihr beispielsweise in unsere Folge zur Militanz und Gewalt reinhört. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, bei so einem Begriff, der eben so weite Verwendung findet, auch eine eigene Definition zu erarbeiten, mit der man dann auch arbeiten kann. Weil ich finde, es trifft auch schon einen bestimmten Charakter von Politik machen und eben einen bestimmten Charakter von Politik machen, den wir ganz klar ablehnen. Vielleicht könnt ihr uns da auch nochmal mitteilen, egal ob jetzt als Kommentar an uns selbst oder dann später in dem Stream, den wir jeden Mittwoch immer ab 19 Uhr zu unseren Folgen machen, mitteilen, was ihr dazu denkt. Das ist halt eine wirklich interessante Frage. Was haltet ihr von unserer Definition? Wir haben uns das ja jetzt auch im Prinzip so für die Folge hier ausgedacht. Könnt ihr uns sehr gerne mitteilen. Wie wir es ja gerade schon gesagt haben, der Staat hat natürlich sehr klare Definitionen, wen er da konkret als Terroristen fasst und wen nicht. Und das bringt uns auch ein bisschen zu unserem nächsten Thema, und zwar den Terrorlisten und der Zweck von eben diesen. Ja, und wenn du klare Definitionen ansprichst, dann würde ich sagen, diese klare Definition ist die jeweilige vor Ort herrschende politische Gemengelage, die es gerade notwendig macht, diese oder jene Organisation darunter zu fassen. Und für genau diese Definition führen dann unterschiedliche Staaten eben eigene Listen. Manche haben eigentlich nur eine nationale Relevanz, andere eine internationale Relevanz. Die bekannteste und auch die relevanteste ist logischerweise die USA-Terrorliste. Die USA natürlich mit der Staat, die jetzt für die moderne Terrorismus-Definition eigentlich am meisten Vorarbeit geleistet haben, und natürlich auch mit ihrem inzwischen weltbekannten Krieg gegen den Terror auch eigentlich die Sperrspitze, die vermeintliche Sperrspitze gegen dieses Phänomen bilden. Die große Weltpolizei. Ja. Eine andere noch sehr relevante ist die EU-Terrorliste. Aber wie gesagt, viele Staaten, nicht alle, führen da einzelne Listen. Es gibt auch keine wirkliche von den Vereinten Nationen. Wobei es da auch eine Art kleine Sanktionsliste gibt, die irgendwann mal beschlossen wird. Aber die Vereinten Nationen erlauben auch den einzelnen Staaten eben ihre eigenen zu führen und dann zu versuchen, die eben in die UN dann einzubringen. Das Witzige ist ja jetzt, den Punkt haben wir auch noch nicht so richtig angesprochen, ist diese Schizophrenie. Weil diese Staaten nehmen sich hier heraus, diese ganzen Terrorlisten zu führen und irgendwie sich als damit natürlich auch, genau wie ich gerade sagte, Weltpolizei aufzuspielen und so zu tun. Ja, wir sind hier irgendwie die Guten, die halt die bösen Terroristen, das ultimative Böse jagen. Wenn wir da jetzt bei der USA bleiben, da weiß ja wirklich jedes Kind, dass es hier ein völlig zweiseitiges Spiel ist, was hier getrieben wird. Wo dann auf der einen Seite eben diese Weltpolizei gespielt wird, und auf der anderen Seite der Terrorismus selbst finanziert und aufgebaut wird. Da gibt es ja massig Phänomene, wo die USA entsprechende Terrororganisationen überhaupt letztendlich zu dem gemacht haben, was sie sind. Weil sie sie eben eingesetzt haben für ihre politischen Zwecke, zum Beispiel in Afghanistan, wo sie, wie wir das auch schon in unserer Folge zu Afghanistan, und wir hatten eben zwei Folgen oder so zu der Thematik gemacht haben, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wo wir das intensiver beschreiben ja auch, dann entsprechend die islamistischen Terroristen dort finanziert haben, aufgebaut haben, um sie eben einzusetzen gegen die Sowjetunion an der Stelle. Jetzt bekämpfen sie sie und sind wieder ganz der große Verfechter jetzt von dem kampflichen Terrorismus. Also an solchen Fragen sieht man ja ganz offensichtlich, dass diese scheinheilige Darstellen also völlig lächerlich ist. Ja, und eben genau daran merkt man auch, dass ich habe es gerade ein bisschen schnell abgehandelt und sicherlich nicht 100% verständlich gesagt, aber in dieser Definition, die die Klassifizierung für diese Listen ausmacht, spielt diese Definition, die wir gerade gemacht haben, keine wirkliche Rolle. Weil das ist ja häufig das, was man eben darunter begreift. Wenn jemand als Terrorist gelabelt wird, dann geht es eben um diese Frage von der Gewalt gegen Unbeteiligte. Aber das muss man hier nochmal so klar sagen. Darum geht es wirklich nicht. Weil die Vereinigten Staaten arbeiten ganz aktiv mit nichtstaatlichen Gruppen zusammen, wie du gerade gesagt hast, ziehen sie sogar hoch und klassifizieren sie immer je nach, wie sieht es gerade auf der Weltkarte aus, auf so eine Liste drauf oder auch mal manchmal wieder runter. Egal, ob sie Gewalt gegen Zivilisten einsetzen oder nicht. Das ist wirklich nicht der relevante Punkt in dieser Frage für die Staaten, wenn sie da irgendwas draufpacken oder nicht. Aber um nochmal auf den Inhalt dieser Listen zurückzukommen, da sind tatsächlich nicht nur Organisationen drauf, sondern es gibt auch viele Staaten, die Listen mit Einzelpersonen führen, die dann eben noch mit da draufgepackt werden, weil sie besonders relevant sind. Oder auch manchmal, weil sie einfach nur wirklich tatsächlich klassische Einzeltäter waren. Ja, da könnt ihr gerne auch in die letzte Folge zur Islamdebatte nochmal reinhören. Oder im Falle der USA gibt es dann auch eine Liste für Staaten, die Terror finanzieren. Da sind aktuell gelistet Kuba, Nordkorea, der Iran und Syrien. Wer unsere Meinung zu so Staaten wie Saudi-Arabien oder den Golfstaaten kennt, oder wie gerade angesprochen auch den USA selber, der merkt natürlich sehr schnell, warum gerade diese vier Staaten gelistet sind und nicht andere. Eigentlich muss man auch nichts mehr groß dazu sagen, weil schon alleine diese Listung dieser vier Staaten zeigt sehr gut, wonach da geordnet wird. Ja, und wie ihr wahrscheinlich dann auch schon denken könnt, wenn primär staatliche Interessen da eine Rolle spielen und nicht auf einmal ein internationales Kümmern und einen Wunsch, die Menschheit doch vor bösen Gewalttätern zu bewahren, dann variieren natürlich diese Listen je nach Staat sehr, sehr stark. Ein gutes Beispiel sind noch die Vereinigten Arabischen Emirate, die tatsächlich eine sehr, sehr lange Terrorliste haben, die sie auch noch mit Saudi-Arabien jetzt, glaube ich, zusammengeführt haben und in die Listen auch sowas wie Islamic Relief. Das kennen vielleicht auch manche von euch hier in Deutschland. Die findet man in vielen deutschen Innenstädten inzwischen. Die machen so ein Speisen für Waisen und so islamische Hilfsarbeit. Nach den Vereinigten Arabischen Emiraten hängen die dann mit den Muslimbrüdern zusammen für eine Diskussion darüber, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ist hier weder Zeit noch Platz. Aber spannend ist es dann, dass andere dschihadistische Gruppen nicht ihren Weg auf diese Liste finden. Ein Schelm, wer da jetzt Böses denkt. Was ist also der Zweck von diesen Listen? Letztendlich ist es, wie ich das auch gerade schon ein bisschen angeschnitten habe, mit dieser 129a-Geschichte ganz ähnlich. Also diese Listen ermöglichen natürlich eine Delegitimierung dieser Strukturen und Personen. Sie ermöglichen Sanktionen, sie ermöglichen Pfändungen, sie ermöglichen Verbot von Propaganda, Zudrehen von Finanzmittelfestnahmen oder andere polizeiliche oder militärische Maßnahmen. Und an dieser Stelle sei dann auch noch mal ganz deutlich gesagt, dass diese Listen offensichtlich aufgrund der beschriebenen Tatsachen nicht dazu geeignet sind, uns als Ratgeber zu dienen, wie wir jetzt die entsprechenden Organisationen darauf bewerten, wie wir mit dieser Situation umgehen und so weiter und so fort. Letztendlich, und das ist wirklich eine Sache, die ich auch ganz scheußlich eben immer finde, das ist ja eine Sache, die sehr stark auch mit den Medien letztendlich in Kooperation stattfindet. Sämtliche Berichterstattungen funktioniert ja generell eigentlich so, wenn irgendwo eine Gewalttat passiert, dann wird zuerst die Polizei befragt, was sie dazu denkt, die offizielle Stelle eben. Und wenn es um solche Fragen von Terrorismus geht, dann wird sich halt eben auch danach gerichtet, was ist auf diesen offiziellen Listen, was sagen offizielle Geheimdienste, Verfassungsschutzbehörden und so weiter und so fort dazu. In jeder Doku, egal worum es geht, wenn wir jetzt um politischen Extremismus an der Stelle jetzt mal so verallgemeinert gesagt, wie das eben dann das Vokabular ist, besprochen wird, werden diese entsprechenden Stellen dahingesetzt, die selber aktiv Terrorismus finanzieren, die selber aktiv damit drinstecken und die reine politische Organe der entsprechenden Staaten sind und die eben nach der entsprechenden Gemengenlage und politischen Ideologie und Bedingungen, unter denen die Herrschaft nun mal in dem jeweiligen Land funktioniert, auch handeln. Dementsprechend muss es da wirklich allgemein, also selbst aus einer bürgerrechtlichen, liberalen Perspektive, selbst da muss das eben hinterfragt werden, muss eben gesagt werden, was passiert da eigentlich, müssen wir uns das genau angucken. Warum ist diese eine islamistische Gruppe da drauf? Warum ist die andere islamistische Gruppe da drauf? Warum wird hier Rechtsterrorismus mit Linksterrorismus gleichgesetzt? Ist das überhaupt Terrorismus, was da als Terrorismus beschrieben wird, oder ist das kein Terrorismus? Da stellen sich an diese Listen halt tausend Fragen und an die Zwecke dahinter tausend Fragen. Das ist also eine ganz zentrale Aussage, auch finde ich, von uns für diesen Podcast heute, da nicht leichtfertig mit umzugehen. Sicherlich habt ihr jetzt aber genauso wie wir genug von diesen blöden Listen und wollt, dass wir endlich mal darüber sprechen, ja, was ist es denn jetzt eigentlich da mit Terror als Taktik, was ihr so als Kernstück von dem Ganzen ausmacht. Und da müssen wir erstmal sagen, Terror als Taktik wird eigentlich von allen politischen Akteuren verwendet. Wenn wir da selbst mit eigentlich der schmuddeligsten Variante mal so anfangen und über organisierte Kriminalität sprechen, dann ist es ja selbst da so. Wenn wir uns solche Beispiele angucken, wie die D-Company aus der Mumbaier Unterwelt, die an islamistischen Terroranschlägen mit beteiligt war und auch Anschläge mitfinanziert und geplant hat, die ganz klar auch dort ihre eigenen politischen Ziele verfolgen sollten. Wenn wir über Kartelle in Lateinamerika sprechen, die teilweise wirklich sehr relevante Anschläge auf staatliche Stellen und ihnen unliebsame Politiker begangen haben oder gegen ihrer Meinung nach und ihren Zielen entsprechend dissidente Zivilbevölkerung oder auch wirklich über die Einschüchterung auf der Straße, die einem selbst hier in deutschen Großstädten, wenn wir über Rockerbanden oder mafiöse Clanstrukturen sprechen, dann ist das halt eine relevante Taktik, die sehr gerne und sehr häufig verwendet wird. Aber auch linke Organisationen. Und da muss man vielleicht einmal kurz nochmal einhaken, dass es auch am häufigsten eben linksnationalistische Organisationen sind. Weil viele von euch haben sich ja jetzt auch gefragt, ja, aber wie positioniert ihr euch denn jetzt? Oder warum gibt es das überhaupt dann von linker Seite tatsächlich Terror als Taktik, dass man explizit sagt, wir machen da jetzt eine organisierte Politik gegen eigentlich am Konflikt nicht direkt Beteiligte? Da müssen wir eben auch nochmal kurz über so linksnationalistische Terrororganisationen sprechen. Denn wenn wir uns wirklich anschauen, diese wirklich relevanten Anschläge einfach auf das, was man dann häufig als Zivilisten bezeichnet, also einfach irgendwelche Menschen auf der Straße oder so, das waren eben ganz häufig linke nationalistische Anschläge. Relevant sind ja beispielsweise irisch-republikanische sozialistische Gruppen, die dann Anschläge auf protestantische Zivilisten ausgeführt haben. Oder baskische Nationalisten, die dann auch den Tod von einfach anderen spanischen Bürgern in Kauf genommen haben. Oder was man vielleicht allgemein noch sagen kann, ist, dass es bei bestimmten sehr radikalen Gruppen da manchmal so eine Tendenz dazu geben kann, dass sie sagen, okay, eigentlich wollen wir dieses oder jenes Ziel erreichen, aber wenn dann halt auch mal ein bisschen Kollateralschaden ist, wenn halt auch mal irgendwer als Geisel genommen werden muss, dann ist uns das halt recht, um unsere Leute da aus dem Knast rauszubringen oder so. Wie das ja zum Beispiel bei der Roten Armee-Fraktion war, die sich ja in ihren Mitteln halt deutlich gesteigert hat über die Zeit und die dann halt auch mal irgendwelche Leute einfach in der Botschaft oder so natürlich als Geisel genommen hat, wo jetzt nicht einfach nur irgendwelche Teile der ersten Klasse in dieser Botschaft waren, sondern auch einfach ganz normale Angestellte, die dann halt auch in dieser Scheiße mit drin saßen, wo man dann eben sagt, ja, das muss man halt in Kauf nehmen, wegen jetzt der größeren Sache. Aber das sind ja schon sehr starke Ausnahmen. Und speziell in der aktuellen Situation ist mir sowas halt auch eigentlich sehr unbekannt. Ja, und was man eben bei diesen beiden Beispielen natürlich ausmachen kann, ist, dass dann in dieser linken Theoretisierung dieser jeweiligen Organisation diese ganzen Individuen eben einfach zum Feind dazugerechnet werden. Dass man an dieser Stelle aus nationalistischer Sicht dann sagt, okay, das gehört jetzt zur Feindesnation oder aus dieser anderen revolutionären Perspektive dann, dass es jetzt Teil dieses Fastenstaates. Dazu gibt es natürlich auch diverse religiöse Organisationen, die Terror anwenden. Hier müssen wir auch nochmal betonen, weil wir jetzt auch sehr stark natürlich vom islamistischen Terror gesprochen haben, dass es natürlich auch christlichen Terrorismus gibt, dass es auch Terror von buddhistischen hinduistischer Seite natürlich auch sehr relevant, wenn wir über Indien sprechen. Und um vielleicht noch eine Sache in dieser Liste zu ergänzen, da gibt es sicherlich noch eine Reihe von mehr Dingen, die man nennen könnte, aber sind natürlich auch letztendlich Terrorverbreiten aus Kapitalinteressen von Konzernen, die zum Beispiel in Zusammenhang dann häufig mit mafiösen Strukturen rebellische Gewerkschafter in töten lassen oder verprügeln lassen oder ihre Familien verfolgen und so weiter. Also das ist ja auch ein sehr häufiges Phänomen, speziell oft in Lateinamerika, in diversen Ländern, wo es starke Gewerkschaftsbewegungen gibt. Ja, oder eben in Afrika mit der Zuhilfenahme von Söldnergruppen in einer Konfliktsituation ganze Landstriche imperialistisch erschlossen werden. Und da dürfen wir auch wirklich nicht bei diesen ganzen vorherigen Terrorismusdefinitionen das vergessen, weil auch jetzt noch ist in dem Funktionieren von Imperialismus Terror ein ganz wichtiger Teil in dieser konkreten Konfliktsituation, um verschiedene Landstriche für die großen Konzerne dieser Welt zu erschließen. Welche Ziele werden verfolgt mit der Anwendung von Terror? Ganz offensichtlich oftmals eine Einschüchterung, eine Machtdemonstration, dass man eben sagt, wir sind dem politischen Gegner überlegen, wir sind der anderen Ethnie überlegen, wir sorgen dafür, dass sie sich nicht mehr trauen, ihre Politik zu verfolgen oder Landgewinne genommen werden. Es geht ganz oft auch um eine Form von Rache, von Auge um Auge, dass also wenn jetzt zum Beispiel ein Anschlag auf die Moschee passiert ist von einer Gemeinde, dann sich halt auch wer aus dem Moscheeverband überlegt, gut, dann gehe ich jetzt zu den Christen hin und hau die platt oder so. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen von eben diesem Rache und diesem Auge um Auge, das Gleiches mit Gleichem begleichen. Das ist auf jeden Fall auch ein Phänomen davon sicherlich. Auch ist es durchaus eine Möglichkeit, dass natürlich, wenn wir hier von Organisationen sprechen, die aus dem Untergrund heraus Terror ausüben, dann ist es häufig auch so ein Fingerzeig von wegen, guck mal, wir sind noch da, wir sind noch handlungsfähig, sie haben uns nicht klein gekriegt, zum Beispiel nach einer längeren Zeit von der Repression oder von dem Versuch, entsprechende Angehörige dieser Untergrundbewegung in die Finger zu bekommen, zum Beispiel, wenn man auch gerade irgendwelche Köpfe verhaftet wurden von einem, dass man sagt, so wir müssen jetzt zeigen, dass jetzt wir noch entsprechend am Start sind. Und damit natürlich dann auch in Zusammenhang zu setzen, dass man diese Schwächen des Sicherheitsversprechens des Gegners auch aufzeigen kann. Ich finde, das ist auch eine ganz zentrale Sache von so Guerilla-Bewegungen auch in Deutschland, finde ich, gewesen. Dieses Ding so von wegen, ihr seid halt nicht sicher mit euren Verbrechen, die ihr begeht. Das war ja dann auch oft eine Bezugnahme auf die, dass halt ganz oft auch sich NS-Verbrecher genommen wurden, die eine NS-Vergangenheit hatten und jetzt einfach im Nachkriegsdeutschland hohe Posten bekleidet haben und ein gutes Leben geführt haben, dass sie sich eben geschnappt wurden und gesagt wurde, hier, ihr könnt immer noch verantwortlich gemacht werden, es gibt keine Sicherheit für euch. Und damit natürlich auch eine Handlungsfähigkeit oder ein Gefühl von Handlungsfähigkeit vielleicht auch erstmal nur ausgestrahlt wird für die eigenen Leute. Oder, was natürlich auch relevant ist, dass es eine Verknüpfung an ganz konkrete Forderungen, an ganz konkrete lokale Ziele gibt. Hatte ich ja schon ein paar genannt, zum Beispiel Freipressen von Gefangenen oder dass man eine bestimmte Minderheit in dem eigenen Viertel gerade vertreiben will. Da gibt es ja jetzt auch Verschiedenes, was man da denken kann. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ja, aber warum wird diese Taktik so häufig angewandt? Weniges ist ja eigentlich in unserer heutigen Moral so verschrien wie eben der Terrorismus, der Terror gegen Unbeteiligte. So viele Leute schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn sie von solchen Terroranschlägen hören und fragen sich, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das passieren? Wie kann ein Mensch so verblendet sein, um so etwas zu machen? Und da muss ich wirklich darauf antworten, es entspringt doch wirklich der Logik unserer Welt. Wir haben jetzt an dem Punkt wenig darüber gesprochen und wir haben auch tatsächlich die ganze Folge durch es geschafft, das gar nicht so konkret anzusprechen, den Staatsterrorismus. Aber eigentlich ist es ja so. Es ist nicht nur so, dass der Staat Terrorgruppen unterstützt, sondern der Staat wendet Terror-Taktiken ganz aktiv an. Sei es in der Einschüchterung der eigenen Bevölkerung, sei es in der Kriegsführung gegen andere Staaten. Es ist ja nicht nur so, dass es hier und da mal zu diesen so toll benannten Kollateralschäden kommt, dass man dann, ups, oh, hat die A230 daneben geschossen. Nein, es wird ja ganz aktiv gemacht. Das Staatsvolk und die ganze Infrastruktur wird als Ressource des Feindes angesehen. Diese ganzen Raketen, die landen nicht ohne Grund dann da. Und generell, diese Einteilung in unterschiedliche Staatsvölker und dann eben auch ausmachen, wenn ein Staat der Feind ist, das Staatsvolk ist der Feind. Und diese Menschen sind die Ressource des Feindes. Dann folgt das doch genau der gleichen Logik, nach der eben dann Terroristen Gewalt gegen diese einsetzen. Weil sie werden zum Feind gezählt. Das ist die Logik, der heute die Staatenkonkurrenz folgt. Und logischerweise dann auch die Logik, der eben terroristische Organisationen folgen. Und das, was wir dann jetzt als Terrorismus bezeichnen, ist eigentlich nur diese hässliche Fratze des alltäglichen Geschäftes der Staatenkonkurrenz, der diese Staaten dann zurück angerinst. Was bleibt zum Schluss noch zu sagen? Wir sagen an dieser Stelle klar und deutlich, dass jede Form, dass jede politische Organisation, jeder Ansatz, der Terror als Taktik verwendet, um seine Feinde zu bekämpfen, also wissentlich und aktiv den Kollateralschaden mit einberechnet, dass er eben sagt, gut, wenn jetzt da und da mal irgendwelche Zivilisten darunter leiden, dann ist das doch schon in Ordnung, weil das hohe Ziel zählt doch und wir müssen doch irgendwie vorankommen mit unseren hohen Idealen oder sonst irgendwas. Oder die ganz aktiv eben sagen, wie du das auch gerade schon beschrieben hast, diese Teile der Bevölkerung werden eben automatisch zum Teil des Feinds, weil sie diese und jede Ethie vertreten, weil sie im Staatshaushalt diese und jede Funktion vielleicht ausführen, weil, na gut, sie ist halt Sekretärin von irgendeinem großen Banker. Was hat sie sich halt zu beschweren, wenn sie dann mal einen Arm verliert, wenn eine Briefbombe explodiert? Und nach eben, nach unserer Definition, die wir aufgestellt haben, sind alle diese Tendenzen, sind alle diese Menschen und alle diese Organisationen unsere Feinde. Und das betrifft natürlich auch die linken Organisationen, sofern sie nicht, weil natürlich kann es mal zu Verfehlungen kommen. Das haben wir auch ganz lange schon beschrieben in der Frage der Gewalt. Natürlich kann es mal zu Problemen, wenn du halt militante Mittel anwendest, kommen, dass auch Unbeteiligte beschadet werden. Aber das muss dann entsprechend auch reflektiert werden. Dafür muss ich halt entsprechend gerechtfertigt werden. Und das kann dann nicht einfach so weiterlaufen. Das meinen wir eben damit, dass alle, die das weiterlaufen lassen, in ihrer Organisation, die dann einfach sagen, ja scheiß drauf, das sind alles unsere Feinde. Und ich finde, an dieser Stelle haben wir auch eine der ganz zentralen Unterscheidungen aufgemacht. Von unserem anarchistischen Verständnis und Verhältnis zu Gewalt, Taktik und Mitteln, die im revolutionären Kampf sinnvoll sind, weil wir haben uns ja in keiner Form von hier Gewalt an sich distanziert, durchaus ist es ja möglich, Gewalt zur Selbstverteidigung, zur Anwendung der Verteidigung der eigenen Freiheit und der Freiheit seiner Mitmenschen und der eigenen Klasse einzusetzen, ohne in eine Form von Terror zu verfallen. Und hier haben wir also eine ganz, ganz zentrale Unterscheidung aufgemacht, die wir vielleicht auch in der Folge von Gewalt und Militanz so noch nicht vorgenommen haben, also eine klare Erweiterung davon. Und vielleicht bringt euch das auch ein Stückchen weiter, um genau diese Frage ein bisschen klarer zu sehen, um auch klarer im Diskurs zu sein, was diese Frage anbelangt. Und damit wollen wir auch schließen, würde ich sagen. Und freuen uns wie immer, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt, wenn ihr das Ganze weiter verbreitet. Und gerne auch, natürlich, weil wir nun mal jetzt nicht ein von der CIA finanziertes Terrorprojekt sind, was über unendliche Geldmittel verfügt und sicherlich auch mal den ein oder anderen Euro hinzukommen lasst, damit wir unsere Arbeit hier, unsere wichtige Arbeit weiter ausbauen können, manifestieren können und damit noch mehr Menschen erreichen können, noch mehr professionalisieren können. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann bald, bald schon wieder über Tage. Glück auf! Glück auf! Glück auf!